Was ist das hier für ein Buch? Sehen Sie mal. Kramen Sie ruhig. Die kosten alle dasselbe. Das hier sollten Sie nicht zu billig abgeben. Ach, wissen Sie, man kann nicht jedes einzelne Stück kennen. Ich kaufe ganze Bibliotheken auf. Schauen Sie sich mal diese Notizen an. Ja, ein neues Buch ist es nicht. Dieses Buch ist verdammt neu. Neu? Der Fall Boot? Das ist 20 Jahre her, dass das Buch erschienen ist. Diese Notizen sind genauso alt. Aber das ist gerade das Interessante. Lesen Sie mal, was hier am Rand geschrieben steht. Ja, hier. C3, Parole, 14. April. Wussten nur drei Personen. Ja, und? Wissen Sie, wessen Handschrift das ist? Ich kannte sie genau, weil ich in seinem Büro gesessen habe. Das ist die Schrift von Oberst Becker. Wer ist das? Das war der Chef des Geheimdienstes. Ich verstehe Sie immer noch nicht. Als vier Personen davon wussten, starb die vierte Person. Es war Becker. Ach, dieser Becker war der, der unter so mysteriösen Umständen starb? Ja, das kann man wohl sagen. Er wird es wahrscheinlich aus dem Tagebuch gewusst haben.